Zuverlässig, flexibel, unkompliziert, authentisch. Unsere Grundbausteine für grenzenlose Kreativität und Produktivität. Wir dürfen dir vorstellen, wir sind Fabian Proscheck. Dein Videograf für Imagevideos, Recruitingvideos, Testimonialvideos in der Schweiz. Das Skript klingt wie nach jedem anderen Videograf sonst schon. Was zeichnet uns genau aus? Das ist eine sehr gute Frage, Fabian. Denn wir zeichnen uns aus durch unser mobiles Filmstudio, das uns ermöglicht, an jedem Ort zu jeder Zeit die volle Leistung zu bringen. Kein übertörende Hotels, kein SBB-Ticket zum Restaurant. So können wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren. Und der Kunde erhalten schlussendlich ein kostenoptimiertes und vollwertiges Video, ganz nach seinen Wünschen und Anforderungen. Und wer braucht jetzt was für ein Video genau von uns? Da merkt man, wer noch nicht so lange bei uns im Team ist. Ganz einfach. Jeder mit einer Dienstleistung, einem Produkt oder einem Onlineshop braucht Videos für sein digitale Auftreten, sprich Videomarketing. Antwort Nummer zwei. Je nach Ausgangssituation und Zielsetzung des Kunden kann zum Beispiel ein Imagevideo für mehr Sichtbarkeit, höhere Reichweite und mehr Vertrauen sorgen. Oder wenn es zum Beispiel um neue Mitarbeiter geht, machen wir ein Recruiting-Video. Das ist sozusagen ein Stellenausschreib, nur einfach attraktiver, zielgerichteter und vielversprechender. Wenn es darum geht, sich von der Konkurrenz abzuheben, gibt es die Möglichkeit von einem Testimonial-Video mit echten Kunden über eine erbrachte Leistung. Das sorgt für mehr Glaubwürdigkeit, Authentizität und schlussendlich mehr neue Kunden. Allgemein kann man sagen, es sind fast keine Grenzen gesetzt in der Videografie. Und genau das ist das Schöne daran. Und wer ist jetzt genau Ansprechperson bei Fragen, Anliegen und Interessen bei uns? Das wäre dann mein Part. Ich bin Fabian, Ansprechperson für alle Anliegen, Anfragen, Bedürfnisse und Beratungen. Das beste, das ist gratis. Geht einfach auf die Homepage www.fabianproject.com Unter den Kontext könnt ihr ein kostenloses Erstgespräch mit mir vereinbaren. Für die, die es noch unkompliziert ist, findet ihr unten rechts im jeweiligen WhatsApp-Button. Könnt ihr mir direkt eine Nachricht hinterlassen. Dann melde ich mich bei uns so schnell, wie es geht. Ah, jetzt ist gerade etwas rein. Jungs, Aufbruch, ab auf die Piste. Okay, gut. Let's go! Let's go!